Alter, das hat einfach gestresst. Hör auf damit. Bitte Justina. Ich kann nicht mehr. Ist polnisch, schmeckt dir nicht. Polakenschlampe ist deine Erfindung. Das hab ich niemals gesagt. PL für Polen, nicht DE. Musst du aufpassen, wenn du in die Seite aufmachst. Nicht, dass du dich infizierst. Ja, war scheiße. Und was soll ich jetzt machen?